Willkommen zurück. Wir wollen uns hier ein wenig damit befassen, was es bedeutet, dass in Ruby wirklich alles ein Objekt ist. Bevor wir damit anfangen, nochmal die Erinnerung. Ihr könnt gern die ERB-Konsole nebenbei öffnen und die Beispiele, die wir euch zeigen, direkt ausprobieren und nachvollziehen. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch darüber hinausgehen und ein bisschen experimentieren und sehen, was ihr selber herausfindet. Noch mal kurz zusammenfassend, was in Ruby ist alles ein Objekt? In Ruby ist alles ein Objekt. Auch Zahlen, Zeichenketten, Listen oder einfache Wahrheitswerte sind in Ruby ein Objekt. Ich kann auf diesen zum Beispiel auch einfach eine Methode, zum Beispiel .class aufrufen und erfahre so, von welcher Klasse diese Objekte sind. Kommen wir direkt zu einem ersten Beispiel. Wir haben hier die Zeichenkette Hallo Welt und wollen von dieser die Länge wissen. Wenig überraschend, rufen wir einfach .length auf diesem String auf. Diese Methode gibt uns entsprechend die Länge der Zeichenkette zurück. Kurzer Hinweis zur Notation. Diese Notation, Klassenname, Raute, Methodenname bezeichnet einfach die Instanzmethode Length der Klasse String oder von Objekten der Klasse String. Schauen wir uns gleich noch ein paar weitere Beispiele an. String hat zum Beispiel auch die einfache Plus Methode. Auch direkt hier als Symbol verfügbar. Wenig überraschend kann ich mit String plus String zwei verschiedene Strings zu einem String zusammen verketten. Hier zum Beispiel habe ich einfach die Strings Hallo und Welt und verkette die zusammen zu Hallo Welt. Andere Methoden, wie zum Beispiel Split, trennen einen String auf und geben mir die einzelnen Teile zurück. Zum Beispiel kann ich aus dem Satz Hallo Welt aus Ruby die Teile Hallo, Welt, Aus und Ruby herausbekommen. Zurückgegeben als eine einfache Liste. Ähnliche Methoden bietet mir auch die Liste selber an. Zum Beispiel kann ich die Länge einer Liste bestimmen, indem ich auf dieser Liste Punkt Lengths aufrufe. Ebenso bietet mir die Liste auch die Plus Methode. Ebenfalls wenig überraschend kann ich mit dieser Plus Methode zwei Listen zueinander verketten. Das heißt aus der Liste Hallo Welt und der anderen Liste Aus Ruby kann ich eine große Liste machen, in der die Teile Hallo, Welt, Aus und Ruby drin vorkommen. Hier sehen wir wieder sehr schön, wie Ruby großen Wert auf Konsistenz legt. Die Sprache gibt sich große Mühe, Methodennamen sinnvoll und sorgfältig zu benennen, so dass wir zum Beispiel auf Objekten die Methoden Length und Plus benutzen können, ohne dass wir genau wissen, welches Objekt das nun ist. Der Code würde dann funktionieren, sowohl mit Listen als auch mit Strings. Eine andere wichtige Methode auf einer Liste ist zum Beispiel Join. Mit Join kann ich die einzelnen Teile einer Liste in eine lange Zeichenkette verbinden. Zum Beispiel die eben schon erwähnten Teile Hallo, Welt, Aus und Ruby kann ich zu dem großen Satz Hallo Welt aus Ruby zusammenverketten. Ebenfalls eine wichtige Methode und hier zeigt sich auch, wie gut es ist, dass man Methoden auf einfachen Zahlen hat, ist die Methode Times auf Integer. So kann ich zum Beispiel mit Five Times einfach fünfmal irgendetwas Bestimmtes in Ruby tun und benötige dafür keine Extraschleife. Zum Beispiel kann ich einfach fünfmal Hallo ausgeben. Auch die einfachen, auch die mathematischen Operatoren wie Plus, Minus, Durch und Mal sind einfach Methoden, die direkt auf Integer implementiert sind. Andere wichtige Methoden sind zum Beispiel Empty-Methoden. Ich kann fragen, ist eine Liste leer oder ich kann auch fragen, ob ein String leer ist. Und hier sieht man auch, dass Methoden beliebig, also viele Zahlen an Sonderzeichen beinhalten können, wie zum Beispiel dieses Fragezeichen. Und das ist eine wichtige Konvention in Ruby, dass Methoden, die mit einem Fragezeichen enden, normalerweise einen Wahrheitswert zurückgeben. Das zeigt auch wieder, wie ausdrucksstark die Sprache Ruby ist, denn wenn wir diesen Code lesen, sehen wir, dass wir dem Objekt quasi eine Frage stellen und dieses die Frage beantwortet. Auch eher unübliche Methoden gibt es in Ruby. Zum Beispiel kann ich eine Zahl fragen, ob sie gerade oder ob sie ungerade ist. Diese Anzahl an Methoden ermöglichen es halt auch, sehr ausdrucksstarken und eleganten Code zu schreiben. Wo kommen die Objekte eigentlich her? Wie kann ich denn eins anlegen? Das ist eine gute Frage und das ist ganz einfach zu erklären. Es gibt einfach eine Methode New auf der entsprechenden Klasse, um neue Objekte von dieser Klasse anzulegen. Zum Beispiel kann ich von Zeit einfach ein neues Objekt für diesen Kursstart anlegen, indem ich mit New auf Time aufrufe. Das Objekt, das ich zurückbekomme, repräsentiert das entsprechende Datum. Ich kann auf diesem Objekt dann weitere Methoden aufrufen, zum Beispiel .class und erhalte die Klasse zurück, die ich auch oben benutzt habe. Oder ich kann auch zum Beispiel .year aufrufen und erhalte das aktuelle Jahr zurück. Aha, neue Objekte lege ich also an mit Klassenname .new. Das ist richtig. Wunderbar, das war es auch schon zum Thema Alles ist ein Objekt. Wir sehen uns im nächsten Video, dann beschäftigen wir uns mit Rubis Blöcken. und gucken Sie noch mal an den Blick auf Geldbecken. Vielen Dank.